Ja, servus, willkommen hier wieder bei mir auf dem Kanal dem BullmarkTV. Es ist wieder soweit, eine neue Aktienanalyse steht an. Wir schauen uns heute Striker an, nämlich es ist ein erfolgreiches Medizintechnikunternehmen aus den USA. Bevor wir starten, natürlich, ihr kennt es ja der Disclaimer, denn alle Texte sowie die Hinweis, Informationen stellen keine Anlageberatung oder Empfehlung dar. Sie wurden nach bestem Wissen, Gewissen aus öffentlich zugänglichen Quellen übernommen. Alle zur Verfügung stellen Informationen, die in der Leiden der Bildung und der privaten Unterhaltung. Eine Haftung für die Richtigkeit kann in jedem Einzelfall trotzdem nicht übernommen werden. Sollte die Zuschauer dieses Videos sich die angebotenen Inhalte zu eigen machen oder etwa in Ratschlägen folgen, so handeln sie eigenverantwortlich. Und mit diesem Disclaimer starten wir doch auch gleich in die Analyse rein von Striker. Und zwar, ihr kennt es ja, einmal kurz ein Blick in die Historie. Hier, Striker, auch schon ein älteres Unternehmen, ist schon vor längerer Zeit gegründet worden, nämlich 1941 durch den Dr. Homer Striker. Hieß damals noch Orthopedic Frame Company und der Dr. Homer Striker war auch ein orthopädischer Chirurg. 1964 trat dann der Dr. Striker auch von seiner medizinischen Karriere zurück und der Name des Unternehmens wurde auch in Striker umbenannt. In Jahrzehnten, die es seitdem eigentlich oder seit der Gründung vor sich ging, wurde einfach viel geforscht an neuen Geräten in der Medizintechnik. Man übernahm auch immer wieder andere strategisch wichtige Unternehmen, allein jetzt in den letzten 10 Jahren, glaube ich, 15 Unternehmen, die übernommen worden sind. Also ein richtiger Serial Acquirer in der Medizintechnikbranche. Ja, 1985 war auch der Jahresumsatz bereits schon 100 Millionen Euro. Und 1979 ging man an die Nasdaq, also man ist auch schon länger an der Börse aktiv. Und 1997 dann auch an der New York Stock Exchange. 2016 hatte man dann 10 Milliarden US-Dollar geknackt. Also einfach mal kurz den Umsatz verhundertfach seit 1985 und entsprechende Striker auch erfolgreich. Der Steckbrief, heute Striker, 113 Milliarden US-Dollar ungefähr schwer, hat einen Umsatz. Jetzt im letzten Geschäftsjahr von 18,45 Milliarden US-Dollar für 2022 erreicht. Für das aktuelle Geschäftsjahr werden 20,3 Milliarden US-Dollar prognostiziert. Laut der aktuellen Guidance, der Aktionärstruktur ist eigentlich hauptsächlich Fonds etc. Außer einen Großaktionär gibt es noch, nämlich mit 5,3% den John Brown. Der hatte dann, war ja 30 Jahre Chairman, also Vorstand. Und ja, hat entsprechend auch ein großes Aktienpaket. Der aktuelle CEO ist Kevin Lobo seit 2012. Er hat auch auf jeden Fall Erfahrung aus vielen anderen Unternehmen bereits schon. Und vor allem auch bei Johnson & Johnson gesammelt. Und Johnson & Johnson ist ja auch einer der Hauptwettbewerber von Striker. Mitarbeiter hat Striker 51.000 und ist im S&P 500 gelistet. Beim Geschäftsmodell, Striker ist, wie schon gesagt, ein weltweit führendes Unternehmen im Bereich der Medizintechnologie. Man ist weltweit agierend mit Umsätzen in über 75 Ländern. Aber man hat aktuell über 70% der Umsätze, die in den USA erwirtschaftet werden. Ich glaube, ich meine, es sind sogar genau 74%. Man hat zwei große Geschäftsmodelle, einmal Medical Surgery & Neurotechnology und dann noch Orthopedics & Spine. Und dort jeweils noch mit Unterkategorien. Und wie gesagt, durch viele gezielte Akquisitionen weiht man sein Geschäftsmodell aus und baut die akquirierten Unternehmen dann weiter erfolgreich aus. Ja, der Umsatz von 18,45 Milliarden US-Dollar teilt sich einmal, wie gesagt, medizinische Chirurgie und Neurotechnologie auf. Ungefähr 58% und Orthopädie und Wirbelsäule ungefähr die 42%. Also ein sehr gutes Gleichgewicht. Wenn man sich jetzt noch anschaut, wie das Ganze denn aussieht mit den Unterkategorien, wird man sehen, hier in blau einmal der Bereich Medical Surgery & Neurotechnology. Hier auch dort nochmal diversifiziert, heißt im Bereich Medical 16%, Endoskopie 13%, Instrumente 12%, alles rund um Neuro, ungefähr 15%. Und in dem Bereich hier Orthopädie und Wirbelsäule, vor allem 15% bei Trauma und Extremitäten, Knie, also als rund um Knieimplantate etc., Instrumente, Hips, Hüfte, Spine, Wirbelsäule. Ist man auch hier schön diversifiziert. Also nicht nur diese zwei großen Bereiche, sondern hier noch viele gleiche Bereiche, die ungefähr teilweise auch gleich groß sind. Aber was versteht man jetzt unter diesen einzelnen Bereichen? Hier auf der linken Seite erstmal nochmal die Unterkategorien aufgegliedert. Und ja, dort bei der medizinischen Chirurgie und Neurotechnologie fassen wir eigentlich alles zusammen. Also vor allem der Chirurgie, chirurgische Geräte, Sicherheitstechnologien und Navigationsgeräte, also Kamera etc., alles was man für eine OP benötigt. Notfallausrüstung, Einwegprodukte für Intensivpflege und weiteres. Im Bereich Neurotechnologie werden zum Beispiel Implantatprodukte, umfassende Produkte für Eingriffe im Bereich Hirn und Schädel und vieles mehr darunter fallen. Wettbewerber sind hier Johnson & Johnson mit einer Tochterfirma, Medtronic sowie Smith & Nephew. Auf der anderen Seite der Orthopädie und Wirbelsäule hat man ungefähr eigentlich mehr oder weniger bei beiden eine gleiche operative Marge. Natürlich müssen sie nur noch allgemein kostenlos und lebens abziehen. Aber beide sehr gut, die Segment Operating Margin. Beide tragen viel zum Operating Income auch bei. Von daher auch hier kein Übergewicht für ein Unternehmen. Orthopädie umfasst vor allem eigentlich die Implantate für den totalen Gelenkersatz, wie Hüft, Knie, Schultergelenke, sowie Produkte für Trauma- und Extremitätenoperationen. Man hat hier aber in dem Bereich auch Robotiksysteme, wie zum Beispiel das Makrosystem, was halt zur Chirurgieunterstützung dient. Genau, ansonsten hat man auch noch Portfolios an Wirbelsäulentechnologien. Das umfasst dann erstklassige Bildgebungslösungen, bildgeführte chirurgische Technologien, patientenspezifische Implantate, digitale Gesundheitslösungen und weiteres. Und auch hier ist Johnson & Johnson mit einem Unternehmen oder einem Tochterunternehmen aus dem Bereich Medizintechnik auch ein sehr starker Wettbewerber. Johnson & Johnson ja generell eher auch ein großer Player im Bereich Medizintechnik und nicht nur im Bereich Pharma. Die Strategie von Striker habe ich hier auch aus dem Geschäftsbericht rausgelesen. Eigentlich vier große Bereiche. Das ist ja einmal der Kundenfokus, ganz klar. Also man guckt die Produkte, die man macht, dass sie auf jeden Fall qualitativmäßig top sind. Aber man schaut auf Vertrieb, Marketing, also man ist direkt am Kunden. Was benötigen denn die Mediziner, die Chirurgen an Instrumente? Man versucht auch, eine gute Lieferkette zu haben, sodass auch gerade diese wichtigen Produkte dann nicht am Ende fehlen für die Operation. Man guckt auch immer im Bereich Innovation, dass man seine Sachen weiterentwickelt in den ganzen Firmen, die man besitzt. Denn ungefähr 7% des Umsatzes, was ungefähr 1,2 Milliarden US-Dollar aus dem letzten Geschäftsjahr sind, werden in das Thema Innovationsmanagement gesteckt. Ansonsten sieht man noch als Strategie in Zukunft auch den Fokus auf Globalisierung. Hier sagt man selber, dass man noch viel Potenzial hat, da wie gesagt nur 26% der Umsätze außerhalb der USA generiert werden. Und wo Stryker sehr stolz drauf ist, ist die finanzielle Performance, heißt auch Financial Allocation. Also man guckt zum einen natürlich auf die Profitabilität, hat man dort eine sichere und steigende Marge haben, auf Cashflow da reinkommt und eben auf Zukunftsinnovation, dass man dieses Geld halt super allokiert. Unten habe ich noch aufgeschrieben, Fokus ganz klar auf Merchern und Acquisitions. 50 Akquisitionen wurden in den letzten 10 Jahren laut der aktuellen Investor Presentation eben auch durchgeführt. Und man hat auch einen Fokus auf steigende Dividenden. Seit 2014 hat hier oder beträgt hier auch die Steigerung per anno über 10%. Also eine sehr schöne Steigerungsrate. Wenn man sich mal das Marktumfeld anguckt, also wie sehen die Trends, die Marktbedingungen aus für das Geschäftsmittel von Stryker. Ganz klar der globale Medizintechnik-Markt hier. 2021, nee 2022 noch eben die Analyse von Statista gezogen. Das heißt, Forecast in 2024 sieht man aber sehr schön, dass man kontinuierlich eigentlich wächst. Denn die Branche wächst im Schnitt dann mit 4,6% per annum. Und davon kann natürlich Stryker sehr gut auch profitieren, von was man auch profitieren kann. Gerade die Produkte in der Medizintechnik, aber auch alles rund um Implantate etc. Werden natürlich davon profitieren, dass Personen älter werden. Eine Person, die älter wird, ist die logische Konsequenz, dass man auch anfälliger ist. Das heißt, gesundheitlich, körperlich und natürlich dann auch vielleicht der ein oder andere Arztbesuch oder Krankenhausbesuch mal öfters ansteht. Verglichen zu einer jungen Person. Da man hier natürlich auch 74% der Umsätze in den USA generiert, habe ich mir vor allem hier die Anzahl der Personen über 65 in den USA angeguckt. Hier von 2016 bis 2060 die Hochrechnung. 2016 war man noch bei 49,2 Millionen Amerikaner. Und man geht davon aus, dass 2060 ungefähr 95 Millionen US-Amerikaner über 65 sind. Das ist eine Steigerung von 92%. Und dafür benötigt man natürlich auch nochmal mehr Equipment aus der Medizintechnik. Also hier ist einfach ein Wachstum beispielsweise vorhanden an Bedarfen für diese Technik. Allein durch den Bedarf, dass mehr Menschen auch älter werden und man dadurch halt auch profitiert davon. Ansonsten hier ein kurzer Blick in die Peer Group. Wie gesagt, Johnson & Johnson ist ein sehr großer Wettbewerber, aber auch eine Medtronic, eine Abbott. Gerade Johnson & Johnson, Medtronic auch teilweise in diesen Fachgebieten direkt ein Wettbewerber, eine Abbott. Ist in anderen Bereichen tätig. Natürlich ist die Beziehntechnik breit gefasst. Man kann auch eine Denner-Hör sich angucken, eine Thermo-Fischer und noch vieles, vieles mehr. Also da ist ja wirklich ein sehr großes Spektrum an börsennotierten Unternehmen auch, die es gibt. Und ich habe mir jetzt, können wir auch gleich nochmal anschauen, im Aktienfinder direkt, nochmal die Gegenüberstellung geguckt. Ich habe in dem Fall jetzt einfach mal die Abbott, Denner-Hör und Thermo-Fischer mir angeschaut. Können wir das ja auch gleich nochmal mit anderen Unternehmen so live angucken. Zehn Jahre Zeitraum, Striker hier 320% gemacht. Total Return, also inklusive Dividenden. Ja, Thermo-Fischer, Denner-Hör waren beide am besser gewesen. Die Abbott war schlechter gewesen. Hier sieht man auch eine gewisse Korrelation gegen mit. Und dann sieht man hier grün und blau, also eine Abbott und eine Striker, ungefähr gleich, bis eine Striker wieder Abbott abgehängt hat. Und zwischen Thermo-Fischer und Denner-Hör, hier sieht man natürlich eine sehr, sehr schöne Korrelation der Aktien, definitiv. Aber schauen wir uns gleich nochmal beim Aktienfinder direkt an. Hier aber zunächst nochmal kurz hier eine Gegenüberstellung. Hier habe ich mir jetzt gerade mal nur für Abbott rausgesucht. Bei US-amerikanischen Unternehmen, Marktkapitalisierung ist Abbott tatsächlich nochmal einen Ticken größer, nämlich ganze gute 70 Milliarden fast. Und auch der Umsatz ist auch deutlich mehr als das Doppelte von Striker. Umsatzentwicklung selber sind beide eigentlich ganz gut. Beide ungefähr 8,5 bis 9% per anno seit 2014. Aktuelles KGV, Basiszahlen für 2022, ist Striker bei 43, Abbott bei 35 gewesen. Allerdings geht man auch bei Striker davon aus, dass man wahrscheinlich ein KGV E, also estimated, für nächstes Jahr oder nach diesem Geschäftsjahr hat von 28. Weil die Earnings per Shares auf, ich meine, 10,35 ansteigen soll, laut aktueller Guidance. Operative Marge ist Striker hier auf jeden Fall besser mit 20%, also aktuelle 20%, Netdebt, EBDA. Haben beide eigentlich keine sonderlich riesigen Schulden verglichen zum EBDA. Earnings per Share Wachstum ist allerdings Striker deutlich besser. Nämlich mit 21% per anno unterwegs. Aktuelle Dividendenrendite gibt es allerdings bei Abbott wieder ein bisschen mehr. Dividendenwachstum beide um die 10%, also beide sehr schön. Ausschüttungsquote auch beide plus minus 50%. Also hier sehr, sehr viele gleiche Fakten. Beide sind jetzt nicht besonders aktiv im Aktienrückkauf, sondern die werden wahrscheinlich eher Geld in die Forschung stecken. Oder auch gerade bei Striker die Chancen auf dem Markt, Virtual Acquisition nutzen. Deswegen ist hier eigentlich Aktienrückkauf kein Thema bei Striker im großen Umfang. Und bei Abbott Laboratories wurden eher Aktien ausgekauft, eben für Forschung oder auch Akquisitionen. Wenn man nochmal die Zahlenwelt aufgeschlüsselt sehen möchte für Striker, sieht man hier Marktkapitalisierung im Schnitt hier 13,3% gewachsen. Wie gesagt, aktuell bei 113. Eigentlich gab es kein, es gab bis auf 2022, was jetzt natürlich auch für viele Aktien ein schlechtes Jahr war, kein Jahr, wo man am letzten, wenn man am letzten Tag des Jahres gekauft hätte, zum letzten Jahrestag, 30.12. zum Beispiel, hätte man eigentlich nie eine negative Rendite gemacht. Außer eben das schreckliche Jahr 2022, auch durch Kriegsbedingtheit, Inflationsbedingtheit etc. Aktienkurs geht relativ äquivalent dazu, dadurch, dass man keine Rückkäufe gemacht hat. Genau, da kann man dann eigentlich auch drüber gehen. Umsatz sieht man hier, man plant für nächstes Jahr auch über 20 Milliarden Umsatz an, also die aktuelle Guidance, immer schön hier 8,5%. Auch hier gibt es eigentlich so gut wie kein Jahr, bis auf das Corona-Jahr 2020, wo man mal Umsatzrückgang hatte. Operating Income, auch nur im Corona-Jahr, hat man seinen Operating Income nicht gesteigert. Das selbe für Earnings per Shares, gut, die 9,34 war ein Sondereffekt, aber ansonsten hier, wie gesagt, nächstes Jahr geht auch von 10,35 aus, also Earnings per Shares, hier seit 2014 um 21% per anno gestiegen, muss man auch sagen 1,34, war auch ein sehr niedriger Wert. Ich glaube, davor, das war ein Rückgang auch von 13 auf 14 gewesen. Wir haben eine Dividende, immer so um die 12%, 10% Steigerung, als ich die Präsentation und Analyse erstellt habe, ging man noch davon aus, dass man 6% steigert im Base Case, also im Beer Case, auf 3 US-Dollar. Heute kam die Meldung, ich kann es leider noch nicht verwerten, hier, aber ich ziehe sie nochmal kurz rein. Analyse of 6,7%, 80 Dollar Cents per Quarter, sprich, man wird hier bei 3,20 Euro liegen und nicht bei 3,20 Dollar und nicht bei 3 Dollar. Also ein bisschen mehr, als es im Beer Case gibt. Aktienumlauf, hier sieht man eigentlich nichts Besonderes. Operating Margin, aktuell durch die Inflation ist wahrscheinlich auch ein bisschen rückläufig, aber ansonsten, wie gesagt, Ziel von Striker ist es auch, die Marge auf jeden Fall auszuweiten und mit dem steigenden Umsatz dazu hat man hier natürlich einen doppelten Effekt. Wenn ich mir hier nochmal die Zahlenwelt anschaue, gehe ich erst noch auf die Wachstumskurve an, also wenn ich mal die einzelnen jährlichen Wachstumsraten in ein Liniendiagramm reinziehe, und links per Chess sieht ein bisschen Bild aus, aber natürlich sehr, sehr starkes Wachstum am Ende dann doch. Marktkapitalisierung, Aktienkurs ist auch sehr positiv mit 13,3% Dividende, eigentlich einfach einen linearen Strich nach oben. Umsatz geht auch stetig nach oben. Ist natürlich ein bisschen verzerrtes Bild, dadurch, dass wir durch die Earnings per Share hier mit 25,5% einen starken Ausreißer haben. Marktkapitalisierung, wie gesagt, hier gab es eigentlich auch kaum ein Jahr, wo man einen noch Rückgang hatte, in der Marktkapitalisierung eigentlich immer angestiegen und dies mit 13,3% im Schnitt. Und in solchen Unternehmen ist man doch sehr gerne investiert, wenn die Marktkapitalisierung oder auch der Aktienpreis sich hier einfach mal kurz 300% gemacht hat. In Summe. Zins ist Zins, lässt grüßen. Aber genug zur PowerPoint. Wir schauen jetzt einfach mal wieder live in den Aktienfinder rein. Angemeldet bin ich schon. Gehen wir mal die Striker-Aktie rein. Erstmal ein Qualitätscheck. Hier sieht man natürlich auch den Ausreißer hier mal im Gewinn. Hier sieht man auch also Steuerreform etc. Man geht auf jeden Fall hier, was eben das Schöne ist, auch weiter von steigenden Gewinnen usw. aus. Also auch hier wird man selbst bei einer aktuellen Bodenbewertung noch bestimmt reinwachsen, wenn man hier nur lange genug am Ball ist. Track Record haben sie auf jeden Fall. Hier geht es eigentlich nur von links unten nach rechts oben. Wie gesagt, hier die Marge eigentlich auch operative Marge, also die rote. Machen wir mal. Automarge und Nettomarge mal aus. Machen wir mal den Umsatz noch dazu. War 2010 mal sehr hoch. Ansonsten ist man meistens so bei 23%. Man möchte die jetzt aber auch wieder ansteigen. Und mit steigendem Umsatz und steigender Marge hat man, wie gesagt, diesen doppelten Effekt. Bezogen auf den Gewinn. Hier sieht man auch, wenn man es nur mal die letzten 10 Jahre anguckt, eigentlich mehr oder weniger, wie man hatte hier 382, waren wir dann mal irgendwann auf 380, da 378 wieder hoch, 384. Also hier werden wahrscheinlich immer mal wieder Aktien ausgegeben als Benefits für die Mitarbeiter oder vielleicht mal ein paar Aktien ausgegeben, um was zu übernehmen. Also hier ist man auf jeden Fall jetzt nicht ein Unternehmen, was stetig Aktien zurückkauft. Performance haben wir ja gerade schon in der Präsentation gesehen. Ich gehe jetzt hier einfach nochmal kurz auf 10 Jahreszeitraum rein. Was wäre hier die Performance gewesen? Auf 10 Jahre haben wir 293% Kursgewinn. Man hat nochmal 20,38 US-Dollar Dividende bekommen. Macht einen Gesamttotal Return von 320%. Also kann sich auf jeden Fall sehen lassen auf 10 Jahre. Das ist sehr, sehr schön angelegtes Geld. Wie sieht das Ganze auf 15 Jahre aus? Sind wir schon bei 700%, 20 Jahre. Schon, ja, 15 Jahren, lieber vor 15 Jahren eingestiegen. Aber hier sieht man auf jeden Fall, was dieser Zinseszins am Ende für eine Macht hat. Können auch hier nochmal einen Vergleich machen. Einfach nur, dass ihr seht, was man mit dem Aktienfinder alles Schönes machen kann. Vergleich schaue ich mir jetzt den Total Return an. Wie gesagt, vorhin hatten wir ja zum Beispiel die Denerherr. Aber ich kann genauso gut auch mal eine Johnson & Johnson im Total Return machen. Das ist ja auch ein großer Wettbewerb, auch wenn die doch sehr stark im Pharma-Bereich sind. Ich bin nochmal noch mit Tronic. Na, hier sieht man jetzt auf 10 Jahre, Denerherr am besten abgeschnitten, danach Striker im Total Return. Aber auch eine Johnson & Johnson mit 110% braucht es sich auch nicht verstecken. Aber hier mit Tronic auch 74%, hauptsächlich aber mit Tronic auch sehr Dividenden stark. Ein bisschen eingerostet, glaube ich, was die Umsatzentwicklung angeht. Aber hier auf jeden Fall alles schön aus der Branche Medizintechnik, beziehungsweise ein bisschen auch Johnson & Johnson Medizintechnik und Pharma. Eben eine sehr schöne Rendite. Nehmen wir nochmal eine mit rein. Was nehmen wir denn da noch? Intuitive Surgical, also auch diese Chirurgie-Robotik, die natürlich outperformt, aber auch am deutlich höchsten am Ende bewertet. Soweit einmal zur Performance. Wie gesagt, hier sehr, sehr schön. Striker auf jeden Fall. Definitiv gut. Wenn wir uns jetzt hier nochmal die faire Bewertung angucken, nehmen wir mal nur den Gewinn rein. Dividenden lassen wir mal weg. Gewinn, Fair Value Gewinn natürlich. Brauchen wir dann auch in dem Fall. Schnitt 36er KGV, aktuell 42er KGV. Wie gesagt, man geht ja hier auch von steigendem Gewinn wieder aus. Mit 10,35 earnings per Sairs. Wenn ich jetzt einfach mal sage, ich will langfristig oder hätte es gern, was wäre, wenn ich einen langfristigen 25er KGV hätte, dann sieht man, dass rein theoretisch, wenn ich jetzt dann ungefähr einsteige, habe ich aufs Jahr 5,2% Rendite in Summe 16,9% Rendite. Also man merkt schon, wenn ich ein 25er KGV ansetzen würde, wäre der Fair Value hier, wenn man deutlich überbewertet, bei einem 30er KGV. Was aber auch, Medizintechnik ist immer ein bisschen höher bewertet, aber auch hier ist man gerade deutlich höher. Von dem her finde ich persönlich die ein wenig teuer. Aber wenn man sich zwar die Multiples anschaut, sieht man, dass historisch bedingt auch es kaum Chancen gibt, diese mal günstig einzusammeln. Man sieht die Gestrichtlinie, das ist ein 37er KGV, ist es selten, dass man drunter ist. Und wenn man drunter ist, ist man immer noch über 30. Außer hier vielleicht mal Sondersituationen, wo man auch mal zu 24 oder 25er KGVs einstellen kann, sieht man hier auch. Also man hat hier auf jeden Fall eine Value Expansion gehabt. Also auf jeden Fall die Bewertung ging auch nach oben, was natürlich dann zusätzlich noch den Aktienkurs getrieben hat. Eben, wenn es der Aktienkurs an sich einfach angestiegen ist noch. Heißt, man kommt bestimmt vielleicht auch nie wieder die Zeit, wo man den 130 einsammeln kann. 130 lohnt sich dann vielleicht auch mal über so einen Zeitraum dann einen Sparplan zu machen. Aber aktuell finde ich sehr ein wenig uninteressant bei der Bewertung. Segmente haben wir uns ja eigentlich vorhin schon angeguckt. Haben wir hier seit zwei Jahren eben diese beiden Bereiche. Genau, Regionen, wie gesagt, Großteil USA mit 74%. Hier gibt es natürlich dann sehr, sehr viel Wachstumspotenzial. Asien, Pazifik, Europa und so weiter mit den Produkten oder für Striker generell. Aber das war es soweit vom Aktienfinder. Ich würde sagen, wir steigen nochmal kurz in meine Meinung ein. Und dann bin ich auch schon fertig mit dem Video. Wie gesagt, Medizintechnikbranche darf aus meiner Sicht im Depot nicht fehlen. Eine sehr interessante, eine sehr zukunftsorientierte Branche, welche auf jeden Fall auch von einem Trend eines ansteigenden Alters profitieren wird. Es gibt in diesem Bereich viele qualitative Unternehmen. Ein paar hatten wir ja mal kurz angesprochen in dem Video. Es gibt eine Striker, eine App, Dennerherd, Thermo Fischer, Johnson & Johnson, Medtronic. Da gibt es einfach einen sehr großen Korb-Unternehmen. Welche für einen am Ende am besten sind, muss man selber natürlich entscheiden. Medizintechnik ist auf jeden Fall ein Bereich, wo ich einen Korb von mehreren Unternehmen auf jeden Fall präferieren würde. Zumal ja die Unternehmen selber ja auch, wenn man die größeren nimmt, die sehr breit diversifiziert sind. Dennerher besteht aus vielen kleineren Unternehmen, akquiriert viele einen Thermo Fischer. Genauso als Striker, Appet ist diversifiziert. Hier gibt es bestimmt viele Unternehmen, mit denen man einen sehr großen Bereich der Medizintechnik definitiv abdeckt. Ansonsten profitiert man durch die Branche auch direkt an der Übung des Durchschnittsalters weltweit. Striker überzeugt fundamental komplett. Also es ist eine schöne Wachstumsstory. Bewertung ist aktuell sehr ambitioniert mit ungefähr 40. Aber wenn man die Earnings per Shares von 10,35 geplant auf den aktuellen Kurs projiziert, hätte man ein KGV estimated von 28. Und somit wächst man dann nach und nach langsam in die Bewertung auch ein. Für mich wäre die Aktie eine typische Sparplanaktie. Man kann nochmal generell warten, dass man den Sparplan startet, wenn die Aktie so unter 30 ist. Und hoffe, dass man mal einen Zeitraum hat, wo man günstig einsammeln kann oder man macht mal einmal Kauf. Aber dann würde ich auf jeden Fall schauen, dass die Bewertung oder zumindest das KGV-E attraktiv ist. Striker deckt mit seinen zwei großen Bereichen und den neuen Unterbereichen viele Bereiche der Medizintechnik ab. Hat das Gen eines Serial Acquirers. Kann diese Unternehmen wunderbar integrieren und weiterentwickeln. Und somit ist auf jeden Fall Striker für mich ein richtiges Qualitätsunternehmen. Und damit bin ich fertig mit dem Video. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Lasst mich gerne wissen, ob ihr über Striker investiert seid. Kommentiert das Video, lasst mir ein Abo da, lasst mir ein Like da. Ich wünsche euch allen eine schöne Rendite. Aktuell läuft ja der Aktienmarkt wunderbar. Ich hoffe, ihr genießt die Adventszeit, genießt die Weihnachtszeit. Ein Video kommt nochmal vor Weihnachten und dann höchstwahrscheinlich erst durch die ganzen Feiertage wieder 20, 24. Bis dahin, ciao, ciao. Tschüss.